Okay, der Pogenbobble bin ich jetzt nicht. Nein! Jo man, ihr verrückten Willkommen hier zu einer neuen Runde von den Survival Games zusammen mit den Flash-Tunnel-P's. Hallo, guten Tag. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt auch schon los. Oh Gott, ich hab ein Steinschwert, nice. Nein, ich nicht. Okay, du bist dann also direkt neben mir. Ich bin du, Monkey. Du bist Green Power. Oder? Nee, ich bin du, Monkey oder sowas. Ich bin auf jeden Fall ganz in der Mitte. Hier, dann komm, hierher. Hier bin ich. Hier, hier, hier. Hallo, hinter dir. Andere Seite hier. Oder das Mädchen-Skin. Okay. Oh, da sind auf jeden Fall schon welche. Warte, die knopfe ich jetzt erstmal direkt mit meinem Steinschwert. Wo, die? Okay. Alter, war da was drin? Nee, war leider nicht. Anscheinend nicht. Oh, der hat eine gute Rüstung. Okay, pass auf. Warte, die will ich haben. Und der hat auch ein Steinschwert. Eieiei, René, das machst du ja wieder. Jawohl. Nice. Ja, Alter. Hier. Okay, ich hab sein Holzschwert erstmal. Hier, warte, ich gebe dir Steinschwert. Schnell, baller sein Steinschwert raus. Und vielleicht was zu fressen. Hat der was zu fressen dabei gehabt? Ja, hier, kriegst du ein bisschen Kuchen. Und ein paar Schuhe noch. Okay, so ein bisschen Kuchen, ein bisschen cakey. So. Oh, Kuchen und Schuhe. Ich hab auf jeden Fall noch ein Kettenhemd. Hast du ein Kettenhemd? Nee, ne? Nee, ich hab gar nichts. Oh, da ist einer. Oh, fuck. Pass auf, pass auf, der schießt. Der hat einen Bogen. Oh Gott, ich bin fast tot. What the fuck, Alter. Alter, ich auch. Schnell, schnell, schnell. Renn weg, renn weg, renn weg, Alter. Ah, da bist du. Ja, ich auch. Ich bin hinter dir auf jeden Fall. Okay. Alter, wie viel. Ich hab gar nicht drauf. Alter, was hat der denn? Ich hab gar nicht drauf mein Leben gehabt. Was hat der denn für ein Aim gehabt, oder? Der hat dich direkt zweimal getroffen. Irgendwie, keine Ahnung, der hat mir, irgendwie, ja, der hat mir auch direkt, keine Ahnung, mein ganzes Herz abgezogen, der Typ. Hast du eigentlich den Kettenbrustpanzer jetzt aufgenommen? Pass auf, der ist hinter dir, ne? Nee, hab ich nicht. Ja, ja, ich weiß. Hab ich nicht. Ja, warte. Alter, da läuft er hier. Hinter wen ist er jetzt? Ich glaub, der ist hinter mir, oder? Hinter dir. Warte, ich lauf ihm hinterher. Warte, weil ich bin schon wieder fast geweckt. Okay. So, er ist tot. Oh Gott. Nice. Boah, ey. Oh, jetzt muss ich erstmal schnell recken, ey. Boah. Was war das denn für einer, ey? Jetzt hatte ich so gute Rüstung. Wäre ich jetzt gestorben, das wäre ziemlich tragisch gewesen. Ja, schon wieder, ey. Okay, da hinten ist noch. Warte mal, oder zeigt er dich an? Warte. Ja, der zeigt dich an. Schade. Ich hab nämlich einen Player da, und der zeigt halt immer den nächsten Spieler an. Und du bist der nächste Spieler gerade. Deswegen ist es beim Team ein bisschen schlecht. Warte, hier ist aber noch eine Kiste. Leider auch nichts mehr drin. Äh, lass mich zu dem Turm da gehen. Nee, wir... Die Turm-Action-Action da wieder. Okay, ist da jemand drin? Ich hoffe mal nicht. Drinnen scheint keiner zu sein, aber hier sind auf jeden Fall Kisten. Hier ist noch ein Holzschwert. Brauchen wir zwei jetzt nicht, aber immerhin. Ich geh jetzt mal da nach unten. Ich hoffe echt, dass da niemand drin ist. Okay, hier ist noch niemand drin. Oh, ich hab auch ein Steinschwert. Gewesen. Hat ja, hier war noch niemand drin. Okay, ganz geil, weil hier unten sind nämlich zwei Kisten. Feuerzeug könntest du eigentlich auch ganz gut gebrauchen. So. So, ich hab auf jeden Fall noch ein paar Sticks. Zwei Paar Eisenschuhe. Hast du schon Eisenschuhe? Okay. Ähm, was schauen wir denn hier noch so Gutes? Wo bist denn du jetzt lang gegangen? Ja, ich bin hier einfach runtergegangen. Warte, ich komm wieder rauf. Ich war bei dem Haus. Unten war ich... Wow. Hä, was für ein Haus? Hä, bei dem Turm. Ach so. Ja, ich bin hier gerade beim Turm, aber ich seh dich nicht. Hä, wer bist du denn? Ah, das bist du gar nicht. Ei, 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 ei. Ich wollte schon sagen. Hier läuft einfach so ein Typ durch die Gegend und ich dachte, du wärst das. Ich steh dich gerade noch bei dem Turm rum. Aber ich geh schon mal ein bisschen weiter. Ja, da bin ich ja auch. Ich seh ja... Hä, bei welchem Turm bist du denn? Hä, keine Ahnung. Vielleicht haben wir verschiedene jetzt gefunden. Ach, da hinten ist noch so ein... Ah, hier ist so ein Haus. Warte, ich komm zu dir. Okay, pass aber auf. Da hinten ist einer gerade am fetzen. Nein, das bin ich wahrscheinlich nicht. Du läufst nicht draußen rum? Ja, doch schon. Hier bin ich, hallo. Ja, okay, dann schnell auf den da hinten drauf. Pass auf. Den habe ich gerade ein bisschen abgeaimt mit meinem Bogen. Und mehr habe ich auch nicht hing... Scheiße. Nicht mich abschließen. Ich hätte dich fast abgeschossen. Ey, du bist nämlich direkt durch mich durchgelaufen. Warte, ich booste dich. Warte. Warte, 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 warte. Ich muss nur hinter dich kommen. Ah, ich bin genau hinter ihm auf jeden Fall. Mich boosten kann. Uiuiui. Ah, fuck. Ich habe gerade Fallschaden bekommen, ey. Das war doof. Oh, der boostet sich auch immer unter den Bäumen so lang. Ja. Aber wir kommen hier näher. Das ist auch eigentlich voll die geile Methode. Wo bist du denn? Ah, da. Okay. Okay, okay. Oh Gott. Ich komme immer näher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme ihm auch näher. Ich komme dir näher. Alter, der läuft. Auch irgendwie läuft der voll die komische Route. Leck? Leck? So, warte. Ja, da ist er. Oh, komm, warte. Ich booste dich. Booste dich. Booste dich. Ich habe ihn schon einmal getroffen. Probierst du mindestens. Habe ich dich geboostet? Warte, jetzt. Nochmal. Und. Nochmal. Warte, warte, warte. Ich schaffe es. Ah, ich muss dich nur treffen. So. Uff. Alter, der boostet uns. Oh, sorry. Der boostet uns weg, der Spackhoch. Oh, der läuft auch die ganze Zeit weg, ne? Muss er nicht irgendwann mal essen? Was ist denn los mit dir? Voll daneben, ey. Oh, ich habe ihn nochmal getroffen. Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Oh, er springt ins Wasser. Was ist denn? Was ist denn? Okay, da unten. Das ist dein Tod. Alter. Booste mich, booste mich, booste mich. Warte. Oh, scheiße. Wie kann ich dich boosten? Nee, warte, warte. Ich schieße einen leichten Pfeil. Nee, einen leichten Pfeil. Der hat seinen Helftrank einfach mal voll verkackt gerade. Oh, ich muss essen. Hat er den auf dich geschmissen oder was? Nee, der hat den einfach neben sich geschmissen und der wurde nicht getroffen davon. So, warte, jetzt boxe ich von hier runter. Jetzt kriegt er richtig aufs Maul. Ja, ja, ja. Und tschüss. Jetzt erstmal schön Pfeilschaden. Oh, er steht in der Luft und er ist tot. Nee, bei mir ist er tot. Jawohl. Ballert. So, erstmal ganz schnell was fressen. Das war aber eine ganz schöne Verfolgungsjagd jetzt hier. Boah, ey. Wir haben ihn auch endlich mal hier tot gekriegt den Typen so. Schuhe hast du schon, ne? Mal ganz schnell was futtern. Ähm, Eisenhacks habe ich noch. Aber, so. Gut. Hast du sonst noch irgendwelche besseren Rüstungsteile? Außer die, die ich habe? Ich habe sonst nur Eisenschuhe. Da oben, da oben sind, Alter. Wie viele Leute sind denn hier oben? Hier oben sind drei? Was machen die denn hier? Vor allem die... Party! Oh, dein Eisenschwert. Pass auf vor dem. Warte, ich versuche den mal zu töten. Ach, du Kacke, warte. Ich grenne dem auch mal hinterher. Warte, wo ist denn der? Ah, da hinten, ey. What the fuck? Warte, da kommt noch einer. Okay. Ich zünde dich mal an. Oh, ich habe mich selbst angezündet. Boah, ich bin so behindert. Nein, 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 Alter. Was macht denn? Ja. Okay. Da ist noch einer. Okay, okay. Alter, warte, warte, warte. Lass dich nicht killen. Lass dich nicht killen. Ich muss das Eisenschwert. Ah, da ist es. Ja, er ist auch tot. Er ist auch tot. Nice. Okay. Warte, warte. Ich habe Heal-Trankel. Warte, hier nimm einen. Und ich nimm einen. Nein, Alter, hier schießt einer. Wo ist der? Wo ist der? Hier schießt einer. Ich weiß es nicht. Ich kann die nicht aussehen. Ich muss mal eben ganz schnell einen Heal-Trankel nehmen. Oh Gott. Okay. Nein! Nein! Du bist nicht... Mann! Ich wollte eigentlich leider springen. Krasser Fail, Alter. Nein, ich wollte an die Leiter springen. Jetzt, Alter. Und jetzt, jetzt auf einmal bin ich voll der... Okay, der Bogenbabo bin ich jetzt nicht. Nein! Okay, der Bogenbabo bin ich jetzt nicht. Nein! Ich habe es leider nicht gesehen. Oh Mann. Oh Mann, die Runde war aber echt geil. Meine, was mache ich denn? Der hat mich auch voll runtergeschoben. Ich bin einfach an der Treppe hingeblieben, ey. Mann! Meine Güte! Boah! Ja, ich würde mal sagen, an der Stelle, lasst natürlich eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich beim Freaks LP vorbei. Ihr kennt das ja mittlerweile schon. Und ja. Ja, genau. Ich würde sagen, bis dann. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020